Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaft Simulator 17 hier am Donnerstag mit dabei natürlich der Ice Dragon und ich bin's der Bio wir sind alleine Mike ist nicht mehr dabei aber trotzdem wollen wir uns dass du wieder entscheidest so ja zu einer neuen Folge halt ne so die Frage ist was mache ich also ich bring gerade Gerste zur Brauerei wenn man irgendwann hier bei Hopfen ernten können dann werden wir damit anfangen können zu brauen du könntest mal die Zeit ein bisschen schneller weil ich glaube es ist soweit als fertig glaube ne aber 60 reicht weil du musst ja eh jetzt bis zur nächsten Wachstumsstufe du musst halt immer auch an die Tiere denken deswegen kann ich halt immer auch nicht immer so extrem hochknallen naja na ja es ist halt immer bloß ein bisschen ne für mich ist dann immer irgendwie immer das Gefühl dass immer wenn ich aufnehme wächst alles und wir können die Zeit nicht hochschrauben das ist halt nur deswegen deswegen haben wir natürlich die Feder teilweise schon doppelt besehen zum Beispiel Feld was ist das da hinten gewesen Feld 8 ne dieses längliche Stück davon das schmale lange Stück was wir ja schon die Karotten geerntet haben da ist zum Beispiel der Punkt dass ich da schon wieder ich glaube Gerste da was drauf gesät habe nochmal auf das kleine Stück da am Rande hat Michael dann toll abgestellt den Anhänger nur den Anhänger oder mit Traktor mit Traktor aber genau hier drin in der Abladefläche gut ist die Wasserabladefläche aber so Hopfen wir jetzt muss nämlich nur noch Hopfen hierher und dann hätten wir hier alles weißt du wie kommen wir jetzt hier wieder nach Hause da raus nach rechts alles muss man hier selber machen alles darf wohl nicht wahr sein Gerste ist auch drin so also beginnt bald die erste Produktion dann müsste müsste noch noch Hopfen mal gucken müsste jetzt eigentlich bald ja auch fertig sein müsste 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 wir brauchen jetzt für fast alle Felder außer für Feld für ein Teil von für ein Teil von Feld von Feld 9 brauchen wir halt noch also wir brauchen fast für alles den Drescher aktuell der Terra ist aktuell nur für die Dings da ich bring mal den den Setter weg gleich zum Shop wieder zurück ok verkauft den hier brauchen wir ja eh nicht sparen wir Kosten natürlich so und ich habe mich jetzt hier ein bisschen total verfranst jetzt hier ja wir sparen ein paar Kosten und wir kriegen ein bisschen Geld zurück man dieses Handy bimmelt hier die ganze Zeit immer das ist immer YouTube ja die ganze Zeit kommen Kommentare sind das ja 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 von unseren ganzen Videos die ganzen Kommentare so den Anhänger den werden wir noch brauchen den gemietet mir jetzt mache ich das Telefon leise so der liebe Christian schreibt nämlich immer ja achso ja 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 das fehrt ja richtig viel den würde ich ich stell den Anhänger damit du weißt welcher der Mietanhänger ist ja ich stell den hier am haupthof an der scheune wo am anfang die ganzen Traktoren drinnen reunцииhlas dich ok gut dann weiß vielleicht wo ich instelle mich hier in die durchfahrt ok also du weiß dass er sind nicht nur inOME Und das ist ja nämlich der Mietanhänger. Kann ich Mietfahrzeuge umlackieren? Weiß ich nicht. Ansonsten würde ich nur nicht umlackieren einfach. Einfach zum Erkennen, dass das der Mietwagen ist. Das ist der Mietwagen. Der Mietwagen? Das ist doch ein Mietwagen. So, okay. Jetzt steht er wieder hier. Wir bräuchten mal einen Treibstoffanhänger. Was will ich alles brauchen? Na ja, dann könnten wir die Hoftankstelle hier schon mal bestücken und wir könnten den Kompostmaster auch starten. Ja, könnten wir? Ja, Stroh habe ich. Ich bräuchte nur Treibstoff dafür noch. Achso, und den haben wir nicht? Nö. Und für Treibstoff brauchen wir? Wir haben Treibstoff, wir haben ja keinen Anhänger dafür. Achso. Dann miet die dir auch so weit. Ich muss mal gucken, was der kostet. Ich fahre Eger zum Shop und bringe den Zetter wieder zurück, den wir überhaupt nicht benutzt haben. Nicht einmal. Ja, wunderbar. Der ist so niegelnagelneu wie vorher. Und trotzdem muss man vergebnet sein. Noch nicht mal dreckig. Hier, ich bringe den zurück, bin ich unzufrieden. Ich bringe mein Geld zurück. Steam. Steam freut sich. Hier, Rückgabe. Rückgabegrund, nicht gefallen. Der ist rot. Ich hasse rot. Ich hasse rot. Ist wirklich nicht meine Lieblingsfarbe. Ich mag rot eigentlich nicht. Nee, ist nicht meine Farbe. Ich mag kein rot. So, den gebe ich zurück. Wir kriegen 23.310 zurück. Achso, du verkaufst den. Achso. Okay. Ja? Was soll ich noch mit dem machen? Weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, das ist gemietet. Dann kannst du dir doch auch so einen Hänger gleich kaufen, denn man muss den noch nicht gemietet lassen. Achso, du würdest ja so einen Dings kaufen, so einen Benzin-Teil-Dings da. Ja, ich gucke mal, was der kostet. Warte mal. Der Benzin-Anhänger kostet 8,5. Ja, kauf doch. Kriegst du vielleicht da noch so einen Kipper hin, dass wir den auch nicht noch auf Miete haben müssen? Na, so einer, der kostet 25. Wie viel hast du? 26,8. Ach, nee, dann wird das wohl nicht. Den müssen wir noch auf Miete lassen. Schaiße, Miete. Ich bin auch kein Freund davon, aber... So, ist denn jetzt irgendein Feld fertig, weil wir hatten ja eine Wachstumsphase. Glaube nicht. Nö, rot heißt Kraut entfernen. Ich meine, ich würde ja liebend gerne was anderes kaufen, nämlich diesen, ähm, hier von dem Kotte-Paket. Ich weiß gar nicht, wo ist denn das hier eigentlich da? Uniger Saal-Technik. Ich weiß gar nicht, waren da Möhren jetzt drin gewesen? Wo Möhren drin? Nee, waren im Wachstum gerade nicht mehr drin. Weil das ist schon rot, bei dir da fällt 8. Ja, ist rot wegen Krautschlagen, ja. Sonst ist immer noch alles im Wachstum. Was hältst du denn davon, wenn ich einen, äh, Tankwagen, achso, 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 dann muss ich ja den von Shell kaufen. Wenn ich den Treibstoff transportiere, dann muss ich ja den von Shell kaufen. Ja. Obwohl er mir hier auch bei dem, bei dem Kleinen anzeigt, den Treibstoff, ne? Ich weiß nur halt nicht, wo du bist. Ich würde, ich würde gerne mal gucken, aber... Achso. Ich bin am Shop. Ja, ja. Achso, bei Universal-Technik. Universal. Uh, Universal. Neben den Spritzen. Das ist nicht nach... Weißt du, dass man das vielleicht ein bisschen hier anpassen könnte, hier so ein bisschen so... Ich finde nicht mal die Spritzen jetzt. Oberste Zeile. Ah, ja, da. Gut, den Universal-Mini. Der Universal-Mini, 25.000. 10.000 Liter. Der kann halt Milch, Wasser, alles Mögliche. Ne? Ja, und du brauchst aber den Shell, oder was? In der Beschreibung der Karte steht drin, dass ich den Shell brauche, ja. Dass es nur mit dem Shell geht. Aber der Shell kann nur das eine, ne? Der kann nur Treibstoff, ja. Der Kotte Universal hat das gleiche Symbol drin, eigentlich. Er hat das Symbol drin, ja. Aber es kann sein, dass das Script es trotzdem unterbindet, in Anführungsstrichen. Ja, der kauft doch den von Shell einfach. Weil, du benutzt ja Benzin auch wirklich ja wieder nur für Benzin. Du willst es ja nicht mischen, hast du ja erzählt. Wegen einfach schon alleine das Realismus. Ja. Also, hol den von Shell und dann auf die sichere Seite. Kann die Felgenfarbe ändern, willst du denn die Felgenfarbe haben? Yay. So, jetzt ist was passiert. Waren wieder Soja-Bohnenwachstum und... Und was noch? Ich habe nicht gesehen, ob da jetzt Karotte mit bei war. Es ging auch immer zu schnell. Kann ich erstmal runterstellen, die Zeit? Äh, wir hatten doch noch ein Feld. 43 ist immer noch ein Wachstum. Das gibt es doch gar nicht. Es ist immer noch alles im Wachstum. Es wächst wahnsinnig lange alles, ne? Der Shell, so. Ich kann Standardräder, Agrarräder, also Standard- oder Agrarräder, willst du denn haben? Standard, oder? Boah. Agrar ist ja eher so für den Acker zum Fahren. Standardräder, ein bisschen der Felgenfarbe? Nicht Gold. Ist klar. Naja, mach irgendwas, mir ist doch wurscht. Ich lasse ihn einfach original drin, wenn es geht. Standardräder, Standardfarbe, 5.000 kostet ja Spaß. Kaufen wir, haben wir wieder kein Geld mehr, aber egal. So. So, da ist er, Jighoff, da steht er. Shell. Spring mal raus, ich will aussehen. Unsere Zuschauer wollen ihn vor allem auch sehen. Natürlich. In draußen. Da ist er. Guckt euch das an hier. Von Shell. Geh ich mal tanken da. Echt? Ja. Shell ist ein bisschen teuer. Ach, ja, ja, die zwei, drei Cent manchmal. Naja, aber guck mal, das sind zwei, drei Cent pro Liter. Ja, naja, ob ich jetzt ein Euro mehr bezahlen muss oder nicht, ist mir eigentlich da relativ wurscht. Tanken muss ich so oder so. Aber ein Euro ist ein Euro. Ja, trotzdem muss ich tanken so oder so. Ein Euro kannst du noch einen Kaffee kaufen. Ja, nee, ich trinke noch Raffee. Dann eben nicht. Na. Kofseiten Tee. Tee. So, dann fangen wir mal zur Raffinerie direkt. Wo ist die überhaupt? Und, und wieder macht das der Eis. So, warte mal, wir können aber mal gucken, dass wir jetzt hier mal, mit dem Holm, aber ich glaube, das ist jetzt fertig mittlerweile. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt... Ich will mal gucken. Bist du draußen oder bist du da drin in der Kiste? Bin ich grad drin in der Kiste. Sag mal raus, wo man gucken kann. Ja, die können jetzt. Jetzt gucken die Karotten aus dem Boden raus, jetzt können sie. Okay. Machst du? Ja. War fahr den Weizen, weil Gerste daneben wechseln es nicht platt. Guck mal cool aus, war so. Zwei Sachen auf einem. Ich bin mal hier weg und dann fände ich mich an den Haufen. So, muss ich jetzt so ein bestimmtes Energie. Aufklappen nicht vergessen. Ja, ja. So, warte mal, ich muss jetzt gucken. Abkoppeln, Helfer einstellen, Schneidwerk heben. Du musst das Fahrzeug auswählen zum Aufklappen. So, Erntemaschine wechseln, Erntemaschine aufklappen. Genau. Was hast du für eine Lenkung drin? Die hier. Allradlenkung. Und Erntemaschine anschalten, so. Ja, na dann, viel Spaß. Du hast dir aber keinen Anhänger geholt, richtig? Achso, nö. So, jetzt habt ihr euch bestimmt hier freut, wisst ihr, dass ich jetzt so aufnehme. Ich freue mich vom Notieren, falls ihr bei mir erst gesehen habt, wie ich hier die Karotten geändert habe. Jetzt seht ihr bei dir dasselbe. Juhi, Freunde. Ey, der PKW hat mich voll gerammt. Ich habe Vorfahrt, ne? Das lautigen Schiller hat nicht Vorfahrt. Das interessiert der KI doch nicht. Der ist einfach geradeaus weitergefahren. Ja, der ist mir voll in die Seite reingedonnert. Hauen ins... Na, bestimmt. Ja, mach ich gleich. Statt dir aus. Machen wir fertig. So, aber wir wollen natürlich jetzt hier nicht, ne? Versteht mal, nur weil irgendwer hier falsch gemacht hat, hier, ne? Wir sind da. Ihr kennt uns ja. Ich habe heute mit Tino einen Server-Test gemacht. Oh. Hast du es gemacht? Ja. Und hat funktioniert. Ja, Ping war so bei 55 bis 70, im Maximum 70. In der Regel so eher 55 bis 60 so in dem Dreh. Ist erstmal okay eigentlich. Geht. Kann man mit spielen zumindest. Wenn ihr überlegt, was ich gerade 90 habe. Aber der Punkt ist, ja. Also ich habe eben gesagt, wir müssen erstmal gucken, wegen Termin, wann wir da irgendwas machen können. Zwecks Screen, dass wir mal zusammen da irgendwas machen. Wir würden es schon gerne machen. Aktuell ist es wirklich, also ihr meint, ihr guckt uns ja nun schon eine Weile zu. Hoffentlich, ja, hoffen wir natürlich. Ihr seht ja gerade, dass ich aktuell ziemlich viele Projekte am Laufen habe. Das sind nicht wirklich wenig Projekte, das sind viele Projekte. Also der Ice Dragon, der, ich glaube, der würde manchmal immer so auf den Kopf klatschen, so, du hast es doch nicht mehr. Ja, 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 das würde ich gerne, ja. Zumal du, wie oft du sagst, ja, wir machen jetzt wieder weniger. Wir fahren das zurück, wir machen weniger. Aber ich muss dazu sagen. Dann machst du das eine Woche, dass du weniger machst und danach fängst du wieder an, ein Projekt nach dem anderen zu starten. Ich muss aber sagen, es ist nicht viel, was ich gerade aktuell aufnehme. Es sind zwei Projekte, glaube, sind das nur. Der Rest, der ist meistens schon alles auf dem Server. Und dann kommt ja noch der Teil von meinem Bruder, ne? Ja. Vom Chaos. Also es sind zwar viele Videos, aber ich bin diesmal nicht alleine daran beteiligt, ne? Da kommt ja von dir auch noch... Das bist du sowieso nicht, ich wollte gerade sagen. Ich bin ja auch schon die ganze Zeit daran beteiligt. Ja, aber du machst halt, du hast ja ein eines Projekt und das wollte ich damit sagen. Ne? Und dann halt... Ich mache halt nur das eine. Ja, ja, genau. Also ich bin nicht alleine daran beteiligt, das wollte ich damit einfach nur sagen. Es sind halt auch noch andere, ne? Und irgendwie summiert sich das dann halt. Was ja gewisse Leute nicht ganz zu verstehen erscheinen manchmal. Christian. Ich wollte den Namen nicht sagen, ne? Ach, Christian kennt das schon. Ja. Obwohl, letztes Mal hat er geschrieben, ihr wart ja richtig fleißig, habe ich gelesen. Also da habe ich gedacht, uh, 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 uh. Er hat's, äh... Ich habe gemerkt. Irgendwie ist ein bisschen komisch. Wieso? Hm, ich fahre jetzt hier schon meine dritte Bahn und habe gerade mal zwölf Prozent drin. Okay. Das finde ich ein bisschen eigenartig. Du musstest doch definitiv öfter abladen, oder? Eigentlich... Hm, wie viel sind denn die zwölf Prozent? 5562. Gut, die Bahnen sind jetzt kürzer, vergesst das nicht. Ach so, ja, das stimmt, ja, ja. Aber trotzdem, ja, doch. Na, kommt aber dann hin. Du hast ja, ich habe vorher zwei Bahnen gefahren und hast du immer abgeerntet. Mhm. Also abgeerntet, abgeholt und, ähm... Na doch, komm, müsste hinkommen. Okay. So, ich tue mal hier ein bisschen Treibstoff jetzt in den Kompostmaster reinschütten, ja. Aber bitte warte, das machen wir nämlich erst in der nächsten Folge. Diese Folge ist auch schon wieder zu Ende. Wir hoffen natürlich, dass ihr morgen wieder einschaltet zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 17. Hier haben wir noch in Südherman. Wir freuen uns natürlich, wenn du wieder einschaltest. Lass uns ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Und, ja, empfehlt uns doch bitte weiter. Würden wir uns darüber freuen. Wir danken uns, sagen dann schon Tschüss und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.